Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Heute wieder mal aus dem Hause Aquamedic. Es geht sich um die DC Runner Serie. Sie ist neu aufgelegt worden, sie kann ein bisschen mehr, sie wird ein bisschen smarter und wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, die DC Runner 9.3 ist ein ganz schönes Monster und die Punkt 3 sagt, es ist mittlerweile die dritte Auflage der DC Runner Serie, sie ist aufgewertet worden in den smarten Bereich. Es ist sehr viel dran gemacht worden und ja, ich muss eigentlich schon fast alles ablesen hier. Sie ist leiser geworden, sie ist steuerbar über die App, sie hat die Möglichkeit an eine Verrohrung angeschlossen zu werden. Sie kann als Strömungspumpe somit oder als Förderpumpe eingesetzt werden, Strömungspumpe zum Beispiel bei Closed-Loop-Systemen. Wir haben die Möglichkeit jetzt über den Controller, haben wir einen 0 bis 10 Volt Anschluss, dass wir externe Geräte da anschließen können, also sprich über einen externen Aquariencomputer können wir da mit rangehen. Die Pumpe hat Keramiklager gekriegt, die dafür sorgen, dass es extrem leise ist und und und. Aber ich würde mal sagen, wir gehen etwa, wir schauen uns das ganze Ding erstmal an und dann sage ich euch dann dementsprechend zwischendurch mal ein bisschen was dazu. So, wie schon gesagt, es ist ein relativ großes Monster. Bedienungsanleitungen in den üblichen Sprachen, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch. So kommt das Ganze daher und ihr seht schon, der Controller, den wir hier haben, Na komm raus Schätzi, hat ein Display, das heißt, da können wir einiges mit machen. Wir haben ein Wi-Fi Zeichen, das ist dafür da, dass wir das Ganze dann in unser WLAN reinhängen können. So, dann kommen wir zum Monster selber. Das ist das gute Stück. Wir haben es etwas optisch aufgehübscht zum vorherigen DC Runner. Und dann haben wir hier einmal, genau, 24 Volt. Das Ganze arbeitet auf 24 Volt Basis, das ist das Netzteil, was wir hier haben. Habe ich eben jetzt nicht explizit gesagt, aber ihr seht es auch selber. Aquamedic geht hin und verwendet zum Verpacken, wo es geht, kein Plastik mehr. Das ist schon mal sehr glücklich, finde ich sehr, sehr klasse. Entsprechendes Logo blende ich euch noch mal ein. Hier haben wir die ganzen Pumpenanschlüsse. Ja, übersichtlich, recht groß. Und dann schauen wir uns das Ganze mal etwas genauer an. Und zerlegen die Pumpe mal. Den habe ich hier unten schon etwas angelöst, der sitzt ziemlich fest drauf. Ist natürlich auch richtig so, weil er ist da im Endeffekt dafür da, damit dieses Gehäuse hier oben auch zusätzlich gesichert wird. Also einmal der Fuß. Das Pumpengehäuse ging beim ersten Mal relativ schwer, also nicht wundern. Klar, jetzt haben wir hier innen drin, haben wir die Läufergruppe, offenes Laufrad. Und da haben wir einmal eine Dichtung. Da haben wir die Keramikachsen. Sehr schön. Und ja, das ist das Moteurchen. Setzen wir das Ganze wieder zusammen. Also kein großes Hexenwerk hier. Bloß der entsprechend größere Motor. Beim Einsetzen darauf achten, dass man das Ganze wieder sauber unten in die Achse einsetzt. Die Dichtung hier wieder schön seitlich heransetzen, dass das auf alles passt. Ihr habt hier Öffnungen, beziehungsweise die greifen genau. Ich ziehe es nochmal raus. Da haben wir hier die entsprechenden Öffnungen. Da greift das rein. Ich versuche das jetzt mal andersrum. Die Dichtung im Nachhinein reinsetzen. Schön vorsichtig. Zack. Und die Dichtung setzen wir dann jetzt drüber. Ist wahrscheinlich einfacher. So. Dann natürlich darauf achten, hier unten ist der Schwalbenschwanz. So soll es sitzen. Einmal verdrehen. Aufsetzen. Den Fuß wieder dran. Der schön schwer geht. Aber das ist auch richtig so, dass er etwas schwerer geht. Gerade solche Pumpen müssen vernünftig gesichert sein, weil die extrem viel Leistung haben. Ja, dann haben wir hier noch die verschiedenen Anschlüsse mit entsprechenden Gummiaufsätzen. Das hier sind Rohranschlüsse, die direkt mit einer Verrohrung verklebt werden können. Davon haben wir natürlich zwei Stück, drei Stück, so wie es ausschaut. Hier sind auch nur welche. Die entsprechenden Größen, das sind zwei verschiedene Größen, so wie es ausschaut, blende ich euch ein. Und wir haben natürlich die Anschlüsse für die Schläuche. Und genau die sind die, die ich im Endeffekt, die ich brauche. So, die werden hier oben reingesetzt. Und dann... Seht ihr? Ich bin dafür zu blöd. Jetzt haben wir es. Hier vorne setze ich mir eine ganz normale Tülle mit auf. Und hier geht es am Anfang auch etwas schwer. Aber das gibt sich dann beim ersten, zweiten, dritten Abdrehen. So, fest ist es. Dann wollen wir mal gucken, was das Schätzchen kann. Wir gehen runter ans Becken und da installieren wir die dann und werden sie dann in Betrieb nehmen. Ja, kleinen Einwand habe ich noch. Nicht Einwand, sondern Info. Diese Pumpe kann natürlich auch extern betrieben werden. Aufgrund der Dichtung, die sie hat, kann sie auch außerhalb vom Becken postiert werden. Und wer dann dementsprechend die entsprechende Aufbauweise hat. Das noch als kleine Info hinterher. So Leute, und jetzt wird es kompliziert. Nein, grundsätzlich ist es eigentlich recht einfach, wenn man sich an die Bedienungsanleitung hält, die die Firma Aquamedic dabei gegeben hat. Es sind ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Was das ist, kommen wir jetzt zu. Ist eigentlich wirklich recht einfach. Das erste, was ist, ihr solltet zu eurem Router gehen und das 5 Gigahertz Netz vorübergehend deaktivieren. Zum zweiten, ihr seht, ich habe hier zwar ein Tablet und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber die 100%ige Funktion der App ist nur auf dem Smartphone gewährleistet. Das geht zwar hier auch, weil ich es mehrfach ausprobiert habe. Aber einige Funktionen, wie Darstellung oder so, sind auf dem Tablet nicht so, wie sie auf dem Smartphone sein sollen. Also geht erstmal grundsätzlich davon aus, erstmal nur mit dem Smartphone. Aber da ich das Ganze hier brauche zum Aufnehmen, habe ich mich jetzt erstmal bei Aquamedic rückversichert. Darf euch das zeigen auf dem Tablet hier. Aber wie gesagt, der Hinweis, ganz, ganz wichtig, eigentlich nur über das Smartphone. Kleinigkeit, bevor wir an die Programmierung der App gehen, beziehungsweise an das Verbinden der App. Ich habe euch nochmal kurz einen kleinen Lautstärke-Test gemacht, beziehungsweise zum Vergleich, wie laut oder wie leise sie tatsächlich ist. Im Moment steht hier drauf, ultra silent. Damit wirbt Aquamedica extrem. Und ja, schaut es euch selber an, beziehungsweise hört es euch selber an. Bis gleich. 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 Ja, wie ihr unten rechts im Bild seht, äh links, ähm, Contora sind aufgereiht und ähm, das hier ist der Controller für die DC, äh, DC-Rammer und ihr seht, sie läuft schon 65%, 44 Watt, das ist momentan der manuelle Modus, den man mit dem Controller dann halt äh, dementsprechend auch verändern kann. Ich gehe jetzt mal hin, ich habe hier die Wirklichkeit, wenn ich drauf drücke, die Stärke zu verändern im entsprechenden Bereich, wenn ich einzeln drücke, wenn ich lange drauf drücke, dann geht's nach oben, gehen wir wieder zurück auf meine 65%. So, das ist dann halt der normale Betrieb, so wie man, ich sag mal, jede bisherige, ähm, Pumpe auch betreiben konnte. Was wir jetzt aber hier auch haben, ist die Möglichkeit, ihr seht es hier, da ist das WiFi-Zeichen, wir können das Ganze in die App reinhacken und das machen wir jetzt. Ja Leute, kommen wir zum Programmieren beziehungsweise zur App selber. Dazu gibt es auch ein paar Kleinigkeiten zu beachten, ihr seht gerade den Controller hier, der läuft jetzt auf 65%, 44 Watt und oben rechts in der Ecke blinkt das WiFi-Zeichen. Ähm, so ist es, wenn man den Controller direkt Fabrik-neu kriegt und das Ganze noch nicht eingestellt ist. Sollte dieses WiFi-Zeichen dort nicht stehen oder dauerhaft an sein, müsst ihr hingehen und fünf Sekunden lang auf den WiFi-Button draufdrücken, dann fängt dieses Symbol da oben an zu blinken. Dann gibt es noch einen zweiten Modus, der AP-Modus, der interessiert uns aber nicht. Wir müssen den normalen Modus haben, so dass es nur da oben das WiFi-Zeichen eingeblendet ist und blinkt. Dementsprechend immer mit fünf Sekunden-Druck, bis dieses Zeichen da erscheint. Wenn das so eingestellt ist, könnt ihr es erstmal so lassen. Konzentrieren wir uns jetzt mal eben kurz auf die App und dann schauen wir hier jetzt mal rein. So, das erste, was wir zu sehen bekommen, wenn wir uns einloggen, ist der Login-Screen. Wir haben da die Möglichkeit direkt von dort aus unseren Account zu kreieren. Das ist relativ einfach. Ihr müsst die entsprechenden Policies, die hier dargestellt sind, akzeptieren. Klar, logisch. Dann gebt ihr oben euer E-Mail-Adresse und euer Passwort ein. Create und der Account ist erstellt. Kleine Sache noch, die komplette Sprache der App ist auf Englisch und lässt sich auch nicht umstellen. Ist so gewollt von Aquamedic. Ist nun mal so. Dann haben wir den zweiten Button, Forgotten Passwords. Darüber können wir ein neues Passwort anfordern, mit dem entsprechend registrierten Account. Und den dritten Button unten, den lasst ihr mal außen vor. Den brauchen wir hier in Europa nicht. Der funktioniert nämlich, da steht Login bei Phone-Number. Das ist nicht für uns, das ist für die amerikanischen Freunde. Ja, ihr seht, mein Account ist schon erstellt und das ist der nächste Screen, den wir haben. Wir haben Add, My Devices, My Groups und Settings. Was wir jetzt unter Settings sind immer nur Informationen. My Devices seht ihr und Add machen wir jetzt. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit aus mehreren Sachen auszusuchen und ihr seht, es kommt definitiv noch was. Da ist ein Reefdozer angezeigt. Das heißt, es kommt eine WiFi-Version Reefdozer. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Eco-Drift steht oben und darunter halt die DC-Pumpe. Oben steht zwar das Menü, lässt sich aber in diesem Screen hier jetzt nicht aktivieren. Wir gehen auf die Pumpe und jetzt sagt man uns, wir möchten doch gerne den Button so lange drücken, bis die grün-rote Lampe leuchtet. Damit ist gemeint, und das ist ganz wichtig, dieses Symbol hier oben. Ja, also sprich das WiFi-Symbol. Warum das so ist, keine Ahnung. Einfach, sollte dieses Symbol nicht leuchten, fünf Sekunden lang auf das WiFi-Symbol, weil einen An- und Ausknopf haben wir hier nicht. So, und was auch noch wichtig ist, wenn das Ganze dann so ist, so eingestellt ist, dass das WiFi-Symbol, da oben blinkt, also sprich das Ganze ist dann im Smart Configuration Mode. Dann muss ich unten noch den Haken aktivieren. So, sollte das so sein, gehe ich auch weiter und dann möchte er gerne das Passwort hier für diesen, für meinen WiFi haben. So, jetzt ist es mir am Anfang passiert, bei der Installation der App geht er hin und möchte gerne den Standort geteilt haben. Das ist wichtig, dass ihr diesen Standort teilt, weil ansonsten erkennt er euer Netzwerk nicht. Fragt mich nicht, warum. Es ist so. Ich habe am Anfang, habe ich mit meinem Smartphone gearbeitet, hatte aus Versehen auf den falschen Button gedrückt bei der Installation. Also sprich, ich habe den Standort nicht geteilt und der fand einfach mein Netzwerk nicht. Dann habe ich das hier drüber probiert, habe natürlich hier, komischerweise natürlich richtig gedrückt und ich dachte, ja hier funktioniert es. Das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, er braucht tatsächlich euren Standort, damit er das lokale Netzwerk findet. Das ist im Hintergrund, wie auch immer programmiert. Mir soll es egal sein, ich habe nichts zu verbergen. So, jetzt möchte er von uns das WLAN-Passwort hier für den Bereich natürlich haben. Das habe ich dementsprechend gerade schon rauskopiert. Setze es ein. Rechts dieses Zeichen daneben, da könnte man jetzt hingehen und das Ganze aufdecken lassen, um zu kontrollieren, passt es oder passt es nicht. Hier steht nochmal ganz wichtig, unten drunter in Rot, dass nur das 2,4 GHz Netz dementsprechend unterstützt wird. Wir gehen auf Next und er versucht sich jetzt dementsprechend mit dem Router und gleichzeitig mit dem Gerät zu verbinden. Sollte das vor den 100% passieren, wechselt gleich der Bildschirm. So, es hat funktioniert, das ging schnell. Das geht auch dementsprechend so schnell, also ich habe jetzt hier einen kurzen Abstand und der Router steht keine zwei Meter weiter. Das sollte man nach Möglichkeit auch versuchen hinzukriegen, so nah wie möglich am Router, dann geht es definitiv schneller. So, da ist jetzt dementsprechend die Bezeichnung der Pumpe, die wir im Nachhinein den Namen ändern können. Wir gehen auf Add. Warten kurz. Genau, so war es. Entschuldigung, mein Fehler. Einmal die Pumpe anklicken, dann kommt dahinter das Häkchen und dann gehen wir auf Add. So, Device has added successfully. So und da steht die Pumpe schon. Jetzt haben wir ein paar kleine Besonderheiten in dieser App, die man wissen muss. Bei den kleinen Button hier unten reicht es teilweise, wenn ich draufklicke und dann funktioniert das schon. Möchte ich jetzt aber ein Gerät anklicken. Wenn ich es jetzt nur leicht anklicke, wie hier zum Beispiel die C-Runner, dann deaktiviere ich sie. Klicke ich wieder drauf, geht sie wieder an. Um jetzt aber in das Menü reinzukommen, muss ich hingehen und etwas länger drauf halten und dann komme ich in das entsprechende Menü rein, um meine Pumpe einstellen zu können. So, jetzt warte mal eben kurz ab, bis das Gegruber hier weg ist und dann sehen wir uns wieder. Ja, kommen wir jetzt zu dem Menü, was wir vor uns sehen. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, unsere Pumpe an- und auszuschalten. Momentan sehen wir hier die 65%. Beobachten jetzt mal den Bildschirm unten links. Wenn ich jetzt hier die Leistung der Pumpe reduziere, funktioniert das auch direkt eins zu eins. Und ich kann sie hier ohne Probleme einstellen. Lässt sich sehr schön machen. Und ich gehe mal wieder zurück auf 65%. Der Button da drunter ist, um die Pumpe auszuschalten. Ihr hört es? Ich schalte sie mal wieder an. Das geht übrigens sofort. Also die hat keine große Anlaufzeit, wie manch andere pumpen. Dann haben wir hier unten drunter den Button Feed. Da haben wir die Möglichkeit, ich sage es mal, die Rückförderpumpe dann auszuschalten für eine Fütterungszeit, die wir auch einstellen können. Einfacher Druck hier drauf, auch wieder an und aus. Und ihr seht, am Controller kommt ein sprechendes Zeichen. Da wird ein Fisch angezeigt. Ich kann wieder drauf drücken, der Fisch verschwindet und die Leistung der Pumpe fällt wieder hoch. Um die Fütterungszeit einzustellen, muss ich hingehen und lange, also sprich mindestens zwei Sekunden auf den Button drauf drücken, loslassen und dann kriegen wir das entsprechende Menü. So, da können wir dann auch hingehen und unsere Fütterungszeiten einstellen, wie lange es dauern soll und nach dieser Zeit springt die Pumpe wieder an. Wenn wir das geändert haben, dann dementsprechend auf Safe und die Fütterungszeit ist hinterlegt. So, in der Regel ist es ja auch bei mir so, meine Pumpe läuft 24 Stunden, 365 Tage mit einem der gleichen Leistung. Aber wir haben hier natürlich auch noch die Möglichkeit, da diese Pumpe die Möglichkeit hat, auch extern eingesetzt zu werden oder an Close-Loop-Systemen, können wir hingehen und Programme einstellen. So, das machen wir mal eben kurz. Wir drücken einmal kurz auf Programm und ihr seht, der Ring läuft jetzt unten, ist jetzt unterlegt, also sprich dieser Button ist blau unterlegt. Hier gilt wieder das Gleiche. Drücke ich einmal kurz drauf, ist diese Funktion aktiviert. Drücke ich lang drauf, komme ich in die hinterlegte Funktion, die dort möglich ist. So, die Programmierung. Jetzt gehen wir ans eingebrachte Damen und Herren, wir haben einmal die Möglichkeit, hier auf Stop zu gehen. Und jetzt muss ich gerade eben mal kurz gucken. Die Pumpe wird jetzt auch gerade runtergefahren. Und Moment. So, kommen wir jetzt zur Programmierung, die ein kleines bisschen tricky hier und da sein könnte, wenn man nicht weiß wie. Schaut es euch an, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Okay, also erstmal lange wieder auf den Button drauf drücken, um überhaupt in den Programm-Mod zu kommen. Wir haben drei Programm-Modi, die wir hier verteilen können. Das ist einmal der Stop-Modus, also sprich die Pumpe geht aus, wenn man das möchte. Dann haben wir den Auto-Modus. In dem Auto-Modus läuft die Pumpe in der angegebenen Stärke. Und wir haben auch wieder den Feed-Modus, der dann halt nach der entsprechenden Zeit wieder angeht. So, wir gehen einfach mal wieder lange auf Auto und kommen in das Programmierfeld rein. Und haben jetzt hier die Möglichkeit, diese Buttons hier zu verschieben, so wie wir sie brauchen und hätten. So, ich sag jetzt mal, wir wollen in der Zeit von 24 bis 12 Uhr eine Pumpenleistung von 58% haben. Geben wir auf Save, kommen wieder zurück in diesen Hauptbildschirm und ihr seht, er hat das dementsprechend übernommen. So, ich möchte gerne das nächste. Da können wir über die entsprechenden Pfeiltasten auch gehen und sagen, okay, wir möchten jetzt in diesem Zeitraum hier eine Stärke von 75% und wir können jetzt auch weiterprogrammieren. Wir müssen nicht nach jedem Punkt hingehen und absichern und das nächste machen. Wir gehen jetzt einen weiter, ja, also er hat jetzt hier auf 40% gestellt, 74% hatten wir eingestellt und wir wollen jetzt in einem kleinen Zeitraum, wollen wir einen Fütterungsmodus einsetzen. Und ihr seht, ja, das ist ein bisschen von der Zeit her lange, also von 18, gehen wir auf, äh, Moment, das ist es nur als Beispiel. So, von 17,59 bis 18,51 ist der Fütterungsmodus. So, der wird mir da auch farblich dementsprechend so angezeigt. Und wenn ich jetzt weitergehe, dann habe ich dahinter schon einen kleinen Bereich gehabt, der frei war. Den muss ich jetzt wieder neu definieren. Zum Beispiel bis dahin. Und sage, in dem Bereich Auto-Mode bei 69%. Und wir haben im Prinzip jetzt hier eine Programmierung der Pumpe mit unterschiedlichen Stärken vorgenommen. Und um uns das Ganze nochmal genau anzugucken, gehen wir auf den Programmierungsmodus. Und sollte uns ein Teil da jetzt nicht gefallen, wie zum Beispiel der Fütterungsmodus hier, brauche ich nur zurückzugehen. Gehe auf Delete und er hat das Ganze dementsprechend dann schon rausgenommen. So, diesen Bereich kann ich dann neu programmieren. Ich sage, ich will in dem Moment einen Stop-Modus haben, weil ich mich vertan habe. Es hilft das Ganze ab. Und ihr seht, es ist schon wieder anders farbig unterlegt. Und ihr könnt das dementsprechend sehen. So, und wie gesagt, die verschiedenen Stärken und die entsprechenden Modi seht ihr im Programmiermodus. Wenn ihr die Pfeiltasten durchgeht, dann wird euch jeweils angezeigt, was die Pumpe dann dementsprechend, wo drauf sie eingestellt ist. Wir gehen jetzt aber jetzt mal wieder zurück. Ich möchte nicht den Programmmodus haben. Ich möchte die 65% haben. Also, ich könnte jetzt Programmmodus aktivieren. Ihr seht, er geht auf die programmierte Stärke, die ich eingestellt habe. Drücke ich nochmal drauf. Bleibt das erstmal. Und ich habe die Möglichkeit dann von Hand, manuell, meine gewünschte Stärke einzustellen. Und diese bleibt dann auch tatsächlich konstant im Laufen. Ein Ding haben wir noch vergessen. Und zwar das Umbenennen der Pumpen. Beziehungsweise der Pumpe. So, da oben, wenn ich in der Pumpe drin bin, so wie jetzt, kann ich einmal hingehen und die Pumpe löschen. Delete Device. Dann wird sie aus der App herausgenommen. Und ich habe oben die Möglichkeit, hinzugehen und das Ganze umzubenennen. Viper DC. Na, immer diese T9 Sachen hier, ist ja eklig. DC Rammer. So, dann gehen wir auf Save. Das Ganze wurde ohne Probleme übernommen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, da sehen wir, wir haben dementsprechend auch unsere Pumpe angezeigt. Gruppierende Pumpen brauchen wir bei der C-Runner nicht, ist nicht notwendig. Und unter Settings finden wir gewisse Sachen, More Settings, wie zum Beispiel den Account zu disabilen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die auch, wenn der Dark Mode angeschaltet ist, dann kann man zum Beispiel diese Schrift hier nicht lesen. So, was haben wir noch, die Version, das ist das übliche About Us und die Hilfe wird noch integriert, die kommt bei der nächsten Version mit raus. Ihr habt aber eine normale Bedienungsanleitung und diese Bedienungsanleitung ist maßgeblich. Also, das passt soweit. Error List, da haben wir überhaupt nichts. Wir haben im Moment überhaupt keine Fehler oder ähnliche Sachen. Und das war im Prinzip schon das ganze Hexenwerk zur App. Ja, Leute, ihr seht, es gibt ein paar Kleinigkeiten zu beachten. Eigentlich ganz wichtig, was ich euch an die Hand geben will, lest euch die Bedienungsanleitung genau durch. Da steht alles nochmal genau drin beschrieben, wie ihr mit der App umzugehen habt. Ein paar Kleinigkeiten habe ich euch ja gesagt, die wichtig sind, damit es funktioniert. Nochmal kurz darauf hingewiesen, wie gesagt, installiert es auf dem Smartphone. Es geht zwar auch auf dem Tablet, aber auf dem Tablet sind nicht alle Funktionen hundertprozentig gegeben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Es wird auf jeden Fall daran gearbeitet, dass noch eine Tablet-Version rauskommt. Das kann noch ein bisschen dauern. Und ja, alles in allem, denke ich mal, ist die Pumpe definitiv Aquamedic gelungen. Sie arbeitet extrem leise, habt ihr ja mitgekriegt hier. Die Lautstärkenmessung, die ich gemacht habe, das ist also schon recht gut. Und ja, ich habe sie jetzt im Einsatz und werde definitiv auch weiter noch darüber berichten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video, bei der nächsten Produktvorstellung und was auch immer. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir doch mit den Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte. Macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich mal wieder einen raushaue, wenn mal wieder was Neues da ist. In diesem Sinne, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Mann. Ciao. 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 Ciao.